Im finalen Teil zum Bau meiner Outdoor-Küche zeige ich euch, wie ihr euren Terrassenmöbeln einen exklusiven Look verpassen könnt und sie dadurch auch noch gleichzeitig sehr haltbar und witterungsbeständig macht. Der Materialmix aus Holz und Stein sieht meiner Meinung nach nicht nur verdammt gut aus, sondern bringt auch viele andere Vorteile mit sich. Und außerdem erfährst du im heutigen Video endlich, welches Monster von Grill ich für meine Outdoor-Küche ausgesucht habe. Also, lasst uns loslegen! Für so ein Großprojekt bin ich froh, einen Partner an meiner Seite zu haben, bei dem ich wirklich alles bekomme, was man für so ein XXL-Vorhaben benötigt. So gut wie alle Materialien, die ihr heute seht, habe ich mir beim Hornbach Baumarkt besorgt, der auch der Partner des heutigen Projekts ist. Nachdem ich alle Holzarbeiten abgeschlossen hatte, war das Streichen dran. Bei diesem Arbeitsschritt könnte eurer Konstruktion ein gewaltiges Plus an Langlebigkeit verschaffen, indem ihr eine hochwertige Lasur für den Außenbereich nehmt. Welche genau ich verwende, werde ich euch als Link unten in die Videobeschreibung legen. Die Anzahl der Anstriche ist ebenso entscheidend. Insgesamt trage ich drei Farbschichten auf im Abstand von jeweils zwölf Stunden. Noch ein Tick besser wäre es gewesen, wenn ich alle Einzelteile schon vor der Montage gestrichen hätte, aber darauf habe ich verzichtet, weil es zum einen viel mehr Arbeit gewesen wäre und zum anderen hätte ich gar nicht gewusst, wo ich so viele Einzelteile trocknen sollte. So geht's auf jeden Fall auch. Als Kontrast zu dem dunklen Unterbau hatte ich mir als Arbeitsoberfläche was wirklich cooles überlegt und vor allem auch was sehr Witterungsbeständiges. So an der Outdoor-Küche wird das Ganze ja draußen stehen und gerade die Oberflächen, wo es halt auch eben draufregnet oder die, sag ich mal, am stärksten der Witterung ausgesetzt sind, die sollten natürlich auch besonders geschützt sein oder aus einem besonderen Material. Und ich habe mich hier für Steinfliesen entschieden. Ja, gerade hier das Muster, das gefällt mir auch richtig gut und ganz besonders wichtig, die Teile hier sind natürlich auch frostsicher. Die große Frage, die sich jetzt hier aber stellt, ist, wie kriege ich Stein mit der Holzunterkonstruktion vernünftig verbunden? Hier gibt es zahlreiche Methoden, wie man das machen kann, aber ihr kennt mich, ich versuche immer die möglichst einfachste und vor allem auch günstigste Methode zu finden. Und da kann man ganz normale Pressspannplatte nehmen. Ich habe nämlich fast genau das gleiche schon einmal bei einem Terrassentisch gemacht, den ich vor zwei Jahren ungefähr gebaut habe. Da habe ich auch eine Holzunterkonstruktion gebaut und obendrauf habe ich dann so Zementfliesen gelegt. Und knapp zwei, vielleicht sogar auch drei Jahre später, sieht das Ding immer noch absolut top aus und da hat sich nichts verzogen und das Ding ist top in Schuss. Man kann sich nämlich zu dem Thema wirklich sehr stark den Kopf zerbrechen, aber wie gesagt, so eine ganz normale Pressspannplatte, in dem Fall 19 Millimeter, kriegt ihr in jedem Baumarkt, ist wunderbar dafür geeignet. Es gibt da nur ein paar Kleinigkeiten, worauf ihr dabei achten solltet, aber zunächst einmal werde ich das Ganze hier auf die benötigten Bretter zusehen. Und wie schon während dem gesamten Projekt, was Maße betrifft, werde ich mich natürlich jetzt hier an meinen Bauplan halten. Wenn ihr mit dem Gedanken spielt, auch immer so eine Barbecue-Küche zu bauen, dann checkt auf jeden Fall mal die Baupläne aus. Den Link werdet ihr unten in der Videobeschreibung finden. Die einzelnen Bretter verschraube ich mit Edelstahlschrauben und trage zusätzlich Holzleim auf. Achtet darauf, mindestens D3-Leim zu verwenden, da dieser auch wasserfest ist und für den Außenbereich geeignet. Die Grundkonstruktion, auf der jetzt gleich später die Steinfliesen befestigt werden, die habe ich jetzt soweit fertig gemacht. Ja, diese Rahmen habe ich ja bereits verschraubt und verleimt. Jetzt kommen hier noch diese Abdeckplatten drauf, hier bei dem anderen natürlich auch noch und da hinten auch noch. Tragt auch hier wieder vor dem Verschrauben ausreichend Leim auf. Jetzt sind soweit alle Verschalungen fertig und ich muss jetzt hier noch später darauf achten, dass hier diese offen liegenden Kanten auch wirklich alle versiegelt sind. Später kommen hier wie gesagt die Steinfliesen drauf, da kommt doch noch eine Spezialgrundierung. Aber welche Kanten ich auf jeden Fall versiegeln muss, sind die hier unten. Und um solche Schnittplatten hier von Spanplatten zu versiegeln, kann man ganz einfach vorgehen. Und zwar, man bestreicht die ganz einfach mit Holzleim. Achtet darauf, aber das habe ich euch ja gerade eben auch schon gesagt, dass es ein D3-Leim ist. Der ist nämlich Wasserfest und damit einfach die Schnittkanten schön deckend bestreichen. Das wird übrigens auch bei Küchenarbeitsplatten, wenn man solche Ausschnitte sägt, dann werden die Schnittkanten auch oder Kammern ganz einfach hier mit versiegeln. Die Innenseite hier werde ich übrigens nicht versiegeln, einfach damit das Holz auch noch eine Seite hat, wohin es atmen kann und Feuchtigkeit entweichen kann. Beim Grillmodul kommt jetzt auch hier noch so eine Steinfläche. Hier werde ich allerdings ein bisschen anders vorgehen, denn diese Steinfläche braucht so eine kleine Umrandung. Und diese Umrandung werde ich mir jetzt noch aus ein paar Rest stecken von der Lerche hier zusägen, also von diesen Rhombusleisten. Und dann später auch so eine Spanplatte dort drin einlassen. Die vier Teile hier für den Rahmen, die habe ich mir sehr passgenau angefertigt. Die sollen hier nämlich exakt in diese Aussparung passen. Die vier Leisten werde ich vor der Montage auf jeden Fall noch streichen, aber ich werde mir jetzt schon einmal die Bohrpunkte setzen, wo dann später das Ganze verschraubt wird. So, die Platte habe ich jetzt auch zugesägt. Der Vorteil daran ist nämlich, wenn man sich die Maße erst nimmt, wenn sozusagen der Grundrahmen steht, dann kann man das einfach exakt hier drauf anpassen. Diese kleinen Fugen hier am Rand, die werde ich jetzt gleich noch mit Silikon ausfüllen und vorher werde ich aber noch die Schnittkanten hier einmal ringsherum wieder mit Weißleim versiegeln. Natürlich gehört zu jeder guten Outdoor-Küche auch die Möglichkeit, irgendwo ein bisschen mal was abzuwaschen oder zumindest fließend Wasser vor Ort zu haben. Ich habe hier bei meiner Outdoor-Küche selbstverständlich auch ein Waschbecken geplant. Das kommt jetzt hier noch hin und dafür muss ich jetzt gleich noch die Aussparung sehen. Natürlich werde ich diese Schnittkanten hier auch wieder mit Weißleim versiegeln. Jetzt werde ich gleich noch hier die Spanplatten mit so einer Spezialgrundierung versiegeln, aber vorher werde ich hier noch, wie ich es ja bereits gesagt habe, noch schnell das Ganze hier verfugen. Um jetzt hier gleich die Steinkliesen drauf verlegen zu können, muss ich die Spanplatten aber vorher noch kurz behandeln und zwar mit so einer Spezialgrundierung, die eben genau für solche Anwendungsfälle gemacht ist. Welche ich hier genau verwende, werde ich euch unten in die Videobeschreibung verlegen und auftragen werde ich das Ganze mit einem ganz normalen Pinsel. Die Grundierung ist wirklich speziell für diesen Anwendungsfall gedacht, wenn man auf Spanplatte mit Fliesenkleber arbeiten will. Sie verhindert zum einen, dass der Fliesenkleber zu schnell austrocknet, weil das Holz die Feuchtigkeit entziehen könnte und zum anderen versiegelt es die Spanplatte gegen jegliche Art von Feuchtigkeitseinwirkung. Der nächste und letzter Arbeitsschritt bei meinem XXL-Projekt ist das Verlegen der Steinfliesen. Und was das betrifft, da hört meine Expertise absolut auf. Ihr wisst, ich bin Holzwurm, mit Steinfliesen oder Fliesen verlegen kenne ich mich gar nicht aus. Ich habe den Laufen meines Lebens ein paar Mal gemacht, aber trotzdem würde ich mich hier als absoluten Anfänger bezeichnen. Und genau deswegen habe ich im Vorfeld jetzt schon mal ein paar Methoden ausprobiert, mit denen man Steinfliesen am besten bearbeiten kann bzw. zuschneiden. Es gibt hier, wie ihr sehen könnt, ja so einen Fliesenschneider. Ja, ich habe es ausprobiert. Das funktioniert nur bedingt, aber dann bei größeren oder längeren Schnitten hat das Ganze wirklich absolut nicht gepasst und mir sind da echt die Fliesen reihenweise gebrochen. Dann habe ich das Ganze noch versucht mit der Flex zu machen. Das generelle Problem daran ist einfach, ja, ich muss lange gerade Schnitte machen und mit dem Winkelschleifer ging das wirklich auch. Also zumindest ich habe es absolut nicht hingekriegt. Und genau aus diesem Grund kann ich euch an der Stelle nur empfehlen, ja, dass ihr euch für solche Arbeitsschritte definitiv das passende Werkzeug holt, ja. Ich wollte jetzt nicht nochmal extra Geld ausgeben und mir extra dafür eine Maschine kaufen, deswegen bin ich einfach nochmal schnell zum Hornbach rüber gehüpft und habe mir dort eine passende Maschine einfach ausgeliehen. Und so sieht so ein gutes Stück aus. Ich habe auch schon mal ein paar Probeschnitte gemacht. Ich will euch nämlich mal ganz schnell was zeigen. Ich hatte nämlich vorhin schon einmal mit dem Fliesenschneider ja hier so ein bisschen die Kanten gebrochen, so angeritzt. Das Ganze hat eigentlich ganz gut funktioniert, ja, aber die Kanten hier sind nicht wirklich sauber und deswegen werde ich jetzt die zunächst einmal ganz kurz hier mit der Säge nacharbeiten. Wenn man den Stein sägt, sollte man auf jeden Fall gucken, dass man irgendeine Wasserkühlung dabei verwendet. Die Säge hat jetzt eine. Das verhindert auch den massiven Staub, der bei solchen Arbeiten entstehen kann. Vielleicht kennt ihr ja solche Unterflurkappsägen. Ich werde euch mal ein Bild einblenden. So ähnlich funktioniert das Ganze hier auch. Ich habe hier ein Mittelanschlag, kann das alles genau einstellen. Also wirklich, eigentlich wie bei der Holzbearbeitung. So, genug geredet. Lass uns das Ding mal hier kurz bearbeiten. Natürlich muss man hier mit dem Vorschub ganz anders vorgehen, als wie man jetzt hier Holz schneiden würde. Man muss hier sehr langsam sägen und je langsamer man sozusagen sägt, umso sauberer werden hier auch die Schnittkanten. Und diese Schnittkanten, meine Lieben, ja, wie gesagt, ich habe es ja auch schon gebrochen. Ja, aber das hier, das ist wirklich absolut Astrein. Und genau jetzt kommt nämlich der Vorteil raus, wenn man so eine Steinsäge hat, dass man die Platten einfach exakt zusägen kann. Leute, ich sage es euch, das ist quasi ein Traum. Ich sage es euch, das ist absolut der Hammer, wie das hier mit dieser Mischung aus Holz und Stein wirkt. Also mir gefällt es einfach nur brutal gut. Und ganz besonders gut hat mir gefallen, dass ich hier mit der Steinsäge, mit der konnte ich die Platten nicht nur extrem genau zusägen, sondern auch verdammt schnell. Dieser Anblick hier motiviert jetzt definitiv direkt weiterzumachen und ich würde sagen, lasst uns die anderen Teile auch noch zusehen. Hier diese Fläche war noch relativ einfach, beziehungsweise der einfachste Teil vom Verlegen der Steinfliesen an meiner Outdoor-Küche. Hier diese ganzen Ränder, da werde ich jetzt etwas anders vorgehen müssen, denn um hier schöne Kanten hinzukriegen, werde ich die ganzen Kanten hier nämlich, beziehungsweise die Stoßkanten alle auf Gehrung schneiden. Es gibt ja auch die Variante, das Ganze einfach mit stumpfen Eckverbindungen zu machen. Sieht aber lange nicht so schön aus und deswegen will ich jetzt einfach mal, da ich ja auch das entsprechende Gerät dafür habe, das mal auf diese Art und Weise versuchen. Jeder, der allerdings schon mal Gehrungen geschnitten hat, weiß ja gerade hier, ja das sind ja dann an mehreren Seiten müssen an die Gehrungen rein. Das kann ganz schön aufwendig kompliziert werden, deswegen lasst es uns einfach mal versuchen. Ich habe das ja schon im Vorfeld immer da, wo es halt ging, ja wo die Stücke groß genug waren, habe ich die Gehrungen schon im Vorfeld reingeschnitten, aber ich habe einfach ein paar kleinere Teile, die ich jetzt hier an der Maschine, wenn ich auf Gehrungen arbeite, nicht wirklich sicher halten kann. Und hier mache ich es genauso wie an der Tischkreissäge in der Holzbearbeitung. Ich habe mir jetzt hier so eine kleine Sägelade gebaut, in die ich jetzt die kleineren Teile einspannen kann. Ich habe die Vorrichtung hier auch aus Siebdruckplatte gebaut, einfach weil das Ganze hier wirklich sehr sehr nass wird und damit es hier möglichst haltbar ist. Die Teile kommen hier oben drauf, werden hier einfach reingelegt, dann habe ich hier die Säge, die hier dann entlang fährt. Dieses Brett befindet sich natürlich genau auf 45 Grad und wenn ich dann hier so über die Fliese drüber gehe, kann ich dann dort, wo ich es brauche, eine Gehrung rein sägen. Ich habe das Ganze auch mit Schraubzwingen hier unten an der Maschine befestigt, um jetzt auch noch dieses Stück hier an der Vorrichtung zu befestigen, nehme ich mir einfach so zwei Klemmzwingen. Damit ist das Teil ja auch wirklich sicher fixiert. Und jetzt kann ich anfangen auf diese Art und Weise die restlichen Teile zu bearbeiten. Ich habe das vorher auch schon einmal an zwei anderen Teilen getestet und die Gefahr ist einfach, dass da nach unten hin, das ist halt kein Holz, dass das auch nach unten hin Ausbrüche geben kann. Aber schauen wir mal, wie sauber das hier geworden ist. Auf jeden Fall haben wir hier schon mal eine richtig schöne und saubere Gehrung. Das muss man den Stein erstmal hinkriegen. Und wie ich da bereits gerade eben erwähnt habe, es ist halt einfach super schwierig, gerade wenn das Material so ganz dünn wird, hier bei Stein fehlerfrei zu arbeiten. Zumal ja auch noch die Oberfläche ja nicht eben ist, sondern die folgt ja auch so ein bisschen der Steinstruktur. Aber für meine Zwecke wird es auf jeden Fall reichen und später, wenn ich das noch verfuge, schließen sich diese Lücken auch. Und so soll das Ganze dann am Ende funktionieren. Hier an den vorderen Kanten will ich die Platten sozusagen auf Gehrung schneiden, damit es einfach einen sauberen Abschluss gibt. Und so ungefähr wird das Ganze dann aussehen. Ich gebe zu, dass es keine perfekte Kante, aber für mich als Laie, was diese Arbeiten betrifft, reicht mir das allemal. Und wie gesagt, später mit dem Fugen wird es dann auch nicht mehr so schlimm aussehen. Ihr kennt meinen Kanal, ihr kennt meine Arbeit, ich bin ein absoluter Holzwurm und es ist mir schon schwer genug gefallen, euch irgendwelche Tipps hier fürs Steine schneiden mit auf den Weg zu geben. Aber beim Verlegen von Steinfliesen, ja, also ich bin kein Flieseläger und ich erhebe hier auch nicht den Anspruch, euch da irgendwelche Tipps mit auf den Weg geben zu können. Ich habe mir dazu ein sehr cooles Video vom Hornbach angeguckt, da wurde es einfach erklärt, die einzelnen Arbeitsschritte. Ich werde euch die Videos mal unten in die Videobeschreibung verlegen. Also, wenn ihr das mal vorhabt, dann schaut euch das auf jeden Fall an. Ich lege jetzt hier auf jeden Fall mal direkt los und werde jetzt zunächst einmal anfangen hier mit den Seitenteilen überall und dann später die Oberflächen hier anbringen. Tschüss. Tschüss. Der Fliesenkleber hat jetzt 24 Stunden durchgetrocknet. Jetzt könnte ich auch schon direkt ans Verfugen gehen. Bevor ich das aber machen will, will ich hier noch zum Beispiel solche Ecken, die noch relativ scharfkantig sind, die werde ich noch ein bisschen abrunden. Und solche Feinarbeiten kann man mit einem ganz einfachen Exzenterschleifer und Holzschleifpapier machen. Ich habe hier ein sehr grobes drauf. Ich glaube, das ist jetzt 80er. Die Schleifscheibe wird danach wahrscheinlich kaputt sein, aber was soll's. Und was man mit dem Exzenterschleifer auch noch machen kann, die Kanten hier ganz leicht brechen, damit sie einfach nicht mehr so scharf sind. Zu guter Letzt habe ich dann alles noch verfugt. Dieser Arbeitsschritt ist nicht wirklich kompliziert und im Gegensatz zum Fliesenverlegen wirklich ein Kinderspiel. Jetzt, ungefähr 24 Stunden später, ist der Fugenmörtel auch soweit ausgehärtet. Und das ist für mich zumindest immer so eine kleine Lotterie vorher, was für eine Farbe man da nimmt für die Fuge. Aber ich glaube, ich habe den Ton hier ziemlich gut getroffen. Die Fugen sehen auch an sich hier, man kann es kaum erkennen, ja, ich glaube, ja, hier, da geht die Fuge entlang. Die sehen auch wirklich ganz anständig aus. Und was mir vor allem auch gut gefällt hier, gerade hier an den Ecken hat das Ganze auch sehr gut funktioniert. Jetzt werde ich hier noch schnell eine Silikonfuge ziehen, damit der Spalt hier auch geschlossen ist. Als allerletzten Schritt, bevor wir endlich zu mir nach Hause springen können und final den Grill hier auch einbauen, müssen hier noch die Rückwände dran. Da habe ich mir auch vorher so ein paar Gedanken gemacht. Aber das Coole ist, im Hornbach gab es nämlich von solchen Siebdruckplatten hier drei Millimeter dünne. Und da war ich echt froh drüber, denn die sind für diesen Anwendungszweck hier wirklich perfekt geeignet. Alles klar, alle Sachen sind jetzt soweit fertig, die Rückwände sind montiert und dieses Schätzchen kann jetzt endlich an seinen Bestimmungsort kommen. Ich würde sagen, lasst uns mal direkt einen kleinen Sprung nach drüben machen. Und so schnell bin ich jetzt perfekt für die Sommersaison 2021 vorbereitet. Zwei Dinge werden dann noch, die ich jetzt noch unbedingt erledigen muss. Zum einen fehlt hier noch der Wasserhahn, aber das geht wirklich schnell. Aber bevor wir jetzt gleich noch zu dem Hauptakteur heute kommen, und zwar dem Grill, will ich euch noch ganz kurz ein paar Worte zu diesem Spülbecken hier sagen. So eine Spüle braucht natürlich auch einen Wasseranschluss. Hier habe ich es mir ganz einfach gemacht, und zwar werde ich dort an dem Wasserhahn einfach einen Adapter für den Gartenschlauch anbringen. Das Ganze kann man einfach hinten dran klemmen, und dann habe ich einfach fließend Wasser. Und ob da jetzt kaltes oder warmes Wasser rauskommt, ist mir ehrlich gesagt ziemlich wurscht und spielt bei einer Outdoor-Kürche auch gar keine Rolle. Beim Abwasser habe ich mich auch für etwas sehr Einfaches entschieden, und zwar kommt dann später hier unten, werde ich einfach so einen Kanister irgendwie reinmachen, 25 Liter. Den werde ich einfach hier an das Spülbecken dranhängen, und dort kann dann einfach das Abwasser reinlaufen. Und ab und an mal werde ich das Ganze dann lernen. Diese Variante, glaubt mir, ist wesentlich einfacher, als jetzt hier irgendwie einen Anschluss zu legen, und außerdem ist das Ganze auch mobil. Von daher finde ich diese Lösung hier in sich bei dem System auch absolut passend. Aber eine richtig geile Idee habe ich nämlich noch, und die ist wirklich der absolute Hammer. Diese Idee stammt allerdings nicht von mir, sondern die stammt vom Pero, vom YouTube-Kanal, der Kompressorschrauber. Ein wirklich geiler Typ, und der hat mich darauf gebracht. Und zwar, ich habe hier zwei Anschlüsse in diesem Waschbecken. Das eine habe ich jetzt hier einfach mit so einem Stopfen einfach abgedeckt. Auf jeden Fall hatte er dann gemeint, beim zweiten Anschluss könnte ich doch ganz einfach eine Zapfanlage da reinmachen. Ja, wirklich. Einfach hier mache ich so einen Bierzapfhahn rein, und da unten mache ich dann noch so eine kleine Zapfanlage. Und dann hat man hier bei der Outdoor-Küche wirklich alles, was man dafür braucht. Wenn ihr die Idee geil findet, dann hinterlasst unbedingt einen Kommentar dazu. Und vor allen Dingen geht auf den YouTube-Kanal von Der Kompressorschrauber und abonniert den Jungen. Wirklich geiler Kerl. Wie ihr es ja im Video gesehen habt, ich habe die gesamte Konstruktion hier wirklich maximal gegen die Witterung geschützt. Und ich bin mir ziemlich sicher, selbst wenn ich diese Outdoor-Küche hier nicht abdecken würde, würde sie noch Ewigkeiten halten. Aber nur um die Stabilität geht es leider auch nicht, denn das Ganze soll ja auch noch möglichst lang schön aussehen. Und da werde ich wohl um eine Abdeckung im Herbst und Winter mit irgendeiner Plane nicht drumherum kommen. Und wenn euch das Projekt bisher auch schon super gut gefallen hat und du dich sogar für die Baupläne davon interessierst, den Link dazu wirst du unten in der Videobeschreibung finden. Ebenso wie eine Auflistung von allen Materialien, die ich jetzt bei diesem Bau hier verwendet habe. So, aber ich glaube, jetzt habe ich euch lange genug auf die Folter gespannt. Und lasst uns meine Outdoor-Küche jetzt wirklich die Krone aufsetzen und den Grill hier einlassen. Und ich würde sagen, am schnellsten geht das Ganze so. Ich präsentiere euch den passenden XXL-Grill zu meiner XXL-Outdoor-Küche. Ich habe das im Laufe des Baus schon öfter mal angeteasert, dass der Grill, den ich da reinbaue, wirklich ein Monster sein wird. Und ich glaube, ich habe nicht übertrieben. Aber wenn wir mal ehrlich sind, wenn, dann machen wir das Ganze richtig. Oder wie ich sagen würde, go big or go home. Ich verwende hier einen Halo TG4 von Tannica. Und zwar ist das ein Gasgrill mit vier Brenneinheiten. Dieses Teil ist wirklich ein richtiger Brecher. Und laut Angaben kann man hier für bis zu 16 Personen grillen. Und das ist auch absolut genau mein Ding, denn ich bin ja totaler Familienmensch und liebe es, wenn Freunde und Familie vorbeikommen. Und ab jetzt muss auch keiner mehr auf sein Essen warten, denn Platz ist hier definitiv genug. Und für die Grillfans unter euch, wenn ihr euch genauer für diesen Grill hier interessiert, einen Link zu dem Teil werde ich euch unten in die Videobeschreibung legen. Aber welches Feature mir direkt von Anfang an total gefallen hat, war diese Glasscheibe hier, mit der man einfach in den Grillraum reingucken kann. Und ja, ich bin mir durchaus bewusst, dass so ein Grill hier mit so einer Glasscheibe durchaus mehr Pflegebedarf als ein normaler Grill. Aber das wusste ich ja schon vorher und das nehme ich gerne in Kauf. Hier im unteren Bereich habe ich das Ganze auch so geplant, dass die Gasflasche exakt da reinpasst. Ich muss jetzt noch lediglich hinten in die Rückwand ein Loch reinbohren, damit ich den Gasschlauch da unten reinfädeln kann. Mir hat der Bau wirklich super viel Spaß gemacht. Und wie immer habe ich eine Menge neue Sachen und Techniken gelernt. Mit dem Ergebnis bin ich wirklich sehr zufrieden und werde alle Vorkehrungen treffen, damit diese exklusive Outdoor-Küche noch lange in diesem Glanz erstrahlt. Ich bedanke mich auch herzlich bei Hornbach, die mich bei diesem XXL-Projekt unterstützt und es erst möglich gemacht haben. Wie immer hoffe ich, dass der Bau und die Videoreihe zu dieser XXL-Outdoor-Küche euch gefallen hat. Und wenn dem sie ist, haut auf jeden Fall jetzt direkt mal auf Daumen hoch. Ich bedanke mich bei euch allen vielmals fürs Zuschauen und dass ihr bis zum Schluss dran geblieben seid. Ich wünsche euch noch einen schönen Sommer, lasst euch von dem Projekt hier inspirieren und haut auf jeden Fall rein. Macht's gut!